Hallo, ich bin Chantal Peranchaké. Heute erzähle ich dir, warum es so wichtig ist, auf deine innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen, denn das bestimmt ganz maßgeblich deine gute Lebensqualität. Ja, die innere Stimme, das ist so eine Sache. Sehr viele Kundinnen, gerade Kundinnen, die mit mir arbeiten, erzählen es mir und ich weiss es ja auch aus meiner eigenen Erfahrung. Manchmal empfindet man es so schwierig, die eigene Stimme zu hören. Wenn du meine anderen Videos gesehen hast zu den Hellsinnen, weisst du, dass man manchmal die innere Stimme nicht hört, sondern fühlt oder spürt oder innere Bilder kriegt. Und trotzdem ist es recht schwierig. Und es gibt ganz einfache Gründe und ich möchte, dass du weisst, dass das normal ist. Also wenn du das auch bei dir im Text und das schwierig empfindest, deine innere Stimme zu hören oder halt eben wahrzunehmen, dann möchte ich, dass du weisst, das ist ganz normal. Und ich erkläre dir jetzt auch gerade warum, denn man nimmt noch ganz viele andere Dinge wahr. Wenn es doch so einfach wäre, nur das eine wahrzunehmen, dann wäre es zwar einfach, aber uns Menschen, glaube ich, auch sehr schnell wieder langweilig. Das grösste Problem beim Wahrnehmen der inneren Stimme oder der Intuition, kann man auch sagen, oder dem guten Bauchgefühl, ist, dass man es oft verwechselt mit Ängsten. Und auch Ängste sind nicht gleich Ängste. Ich kann hier zwei Sorten von Ängsten trennen. Es gibt verschiedene, aber zwei, die ganz wichtig sind. Die eine Angst ist die klassische instinktive Angst, die über das limbische System koordiniert wird, die dafür sorgt, dass wir überleben. Die brauchen wir heutzutage seltener, aber sie wird immer noch viel zu oft aktiviert. Das ist dann, wenn wir in den Kampfmodus gehen und uns schnell angegriffen fühlen. Aber das ist nicht deine innere Stimme. Dann gibt es noch eine andere Form von Angst. Das ist jene, die wir uns anerlernen, die wir in diesem Leben oder in früheren Leben mit Verknüpfungen integriert haben und somit gelernt haben, hier muss ich Angst haben. Das mag damals, zum Beispiel als Kind, mit der Situation, die wir damals erlebt haben, sehr wohl richtig gewesen sein, da Angst zu haben, aber jetzt, für diesen Stand der Entwicklung, den wir jetzt gerade leben, nicht mehr die Wahrheit sein. Und dann gibt es uns dieses Angstgefühl, dieses schlechte Gefühl, eine unbewusste Warnung und wir meinen, es sei unsere innere Stimme. Es ist sie aber nicht. Was auch noch oft verwechselt wird mit der inneren Stimme, ist das, was wir von anderen wahrnehmen. Gerade Menschen, wie garantiert du auch einer bist, weil du sonst dieses Video nicht schauen würdest, Menschen, wie wir, die sehr feinfühlig sind und sehr wohl, sensitiv, aber auch medial Dinge wahrnehmen, die Energien wahrnehmen können, die nehmen oft unbewusst noch Dinge von anderen Menschen wahr. Zum Beispiel, was vorhin gerade in einem Raum passiert ist oder wenn wir einen Menschen anschauen oder an einen Menschen denken oder auch an ein Tier, dass wir sofort den Anschluss haben und wahrnehmen, wie es ihm geht oder was gerade für Gefühle bei ihm abgehen. Das ist Fremdwahrnehmung, aber das hat nichts mit mir und meiner inneren Stimme zu tun. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Oft, gerade wenn wir diese Faktoren noch nicht bewusst anschauen und noch nicht bewusst trainieren, verwechseln wir Fremdwahrnehmung mit unserer eigenen inneren Stimme. Was auch oft passiert, dass wir unsere innere Stimme mit unseren Wünschen verwechseln, mit unseren Sehnsüchten. Wünsche und Sehnsüchte, ich meine jene Sehnsüchte, die entstehen aufgrund von alten Verknüpfungen, alten Erfahrungen. Manchmal haben wir Dinge erlebt, die nicht unbedingt angenehm sind in der Regel oder sehr wohl angenehm und dann machen wir eine Verknüpfung und wollen da mehr. Aber wir haben durch diese unbewusste Verknüpfung jetzt, wo wir jetzt stehen als erwachsene Menschen, oft dann eine Verschiebung und verwechseln Dinge. Das ist alles unbewusst. Zum Beispiel, das passiert sehr oft in der Liebe, wenn man sich verliebt in einen Menschen und einige Monate später merkt, das ist ein komplett anderer Mensch. Wieso habe ich all die Monate das nicht erkannt? Das ist oft dann, wenn man die eigenen Sehnsüchte in den ersten Wochen zu stark genährt hat und vor allem jene Punkte angezogen hat oder jene Punkte in den Mittelpunkt gestellt hat, die man unbewusst sehnlichst möchte beim Partner. Und auf einmal wird das Spiel entlarvt, die Enttäuschung kommt. Das, was wir uns vorgetäuscht haben, wird gelüftet. Das ist alles unbewusst und so läuft es einfach bei uns Menschen und das ist auch völlig normal. Aber oft wird so eine Sehnsucht, die wir uns tragen oder ein Wunsch, ein Wunsch, den wir wie einen Traum behandeln, so nach dem Motto, das kommt eh nie, wird verwechselt mit der inneren Stimme, mit der Intuition. Und das ist sie auch nicht. Ich möchte, dass du weißt, deine innere Stimme ist da. Deine Seele, die wartet auf dich. Geduldig, liebevoll, schmunzeln, sie ist immer da. Sie gibt dir auch unentwegt Impulse. Vielleicht hast du auch schon mein Video Nummer 4 oder Video Nummer 5 gesehen. Nummer 4 widmet sich dem Schutzengel Thema und Nummer 5 den Spiegelbotschaften. Beides sind Formen, wie deine Seele mit dir kommuniziert. Die Intuition ist eine dritte oder die erste, ich sage gerne die erste Form, eine dieser drei Sprachen, die deine Seele mit dir spricht. Sie bedient immer alle. Du kannst dir das wirklich vorstellen wie eine Sprache. Und wir müssen halt lernen, diese Sprache zu verstehen, zu reden und da sattelfest zu werden. Das ist wirklich wie bei einer Sprache. Stell es dir so vor und dann ist es einfacher für dich auch, dir anzuerkennen, dass du da Übung brauchst. Ganz normal. Die Intuition, das ist ein Impuls aus deiner Mitte heraus, wenn du angeschlossen bist an dein ganzes Körper, Geist, Seelengefüge. Und ganz intensiv und bewusst spüren kannst, den Kanal spüren kannst. Die Intuition empfehle ich jeweils mit dem Ja zu trainieren. Natürlich kann deine Seele auch zu etwas Nein sagen. Aber gerade weil wir es so gerne mit den Ängsten verwechseln oder mit Gefühlen, die wir aus Versehen von anderen fühlen, Das sind ja negative Impulse und das ist einfach zu happig, zuerst zu lernen, wie sich das Nein der Seele anfühlt. Also konzentriere dich doch lieber auf das Ja deiner Intuition. Mach einen bewusst bei mir Moment. Komm bewusst bei dir an. Atme tief ein und aus. Trainiere regelmäßig bei dir bewusst anzukommen und auf einmal spürst du sie. Dein Ja deiner Seele. Deine Intuition, die zum Beispiel, wenn du dich entscheiden möchtest für etwas, das eine hell leuchten lässt. Die eine Antwort, die eine Möglichkeit, dich leicht und freudig macht. Deine Intuition ist da. Sie wartet auf dich. Ich möchte dich aufmuntern, gerade wenn du im Business tätig bist, wenn du Verantwortung trägst für dein eigenes oder mehrere Unternehmen, dass du jetzt beginnst, auf deine Intuition zu horchen und sie zu studieren und mit dir zu trainieren. Denn dein Leben, gerade mit viel Verantwortung, dein Leben wird viel, viel leichter. Du wirst spüren, wie entspannt es ist, wenn du das Ja erkennst und daran einfach nicht mehr zweifelst. Du wirst viele Hürden nicht mehr gehen. Viele Umwege wirst du nicht mehr gehen. Viele schlaflose Nächte wirst du nicht mehr haben. Oder Gedankenkarusselle. Oder eine Entscheidung nochmals überdenken. Das wird dir nicht mehr passieren. Weil du genau weißt, ich habe aus Überzeugung mit diesem Ja gearbeitet, mit meiner Seele. Und du weißt, dass hinter diesem Ja dein Seelenplan, deine einstige Entscheidung, bevor du dieses Leben kreiert hast, da hineingeboren wurdest, deine einstige Entscheidung für diese Erfahrungen getroffen hast und da nichts mehr schief gehen kann. Du sollst nur noch dein Ja deiner Seele hören, spüren und darauf vertrauen, dass so der richtige Weg für dich machbar ist. Das ist doch eine wunderbare Botschaft, findest du nicht auch? Ich liebe das. Es hat mir so wahnsinnige Entspannung gebracht in meinem Leben. Es hat mich massiv entlastet. Und selbst in harten Zeiten wird es für mich einfacher, wenn ich immer wieder daran denke und immer wieder mein Ja spüre und weiß, da werde ich transformiert. In harten Zeiten kriege ich jene Entwicklungen, die ich einst wählte. Also, deine Intuition ist da. Wenn du dich aufrichtig bemühst, hinzuhorchen und von vielen anderen Wahrnehmungen genau zu erkennen, wie sie sich anfühlt, ihr die Bühne zu geben, dann kannst du dein Leben massiv einfacher machen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch bitte meinen Kanal auf dem roten Button und bleib in meiner Energie und immer wieder informiert, wenn es was Neues gibt. Schön bist du hier.